Promi-Geflüster, heute mal wieder volkstümlich zu Gange und ich schalte heute mal wieder per Webcam nach Österreich in die Steiermark. Und da sind sie, Sonnenseite. Hallo und herzlich willkommen zusammen, drei Jungs. Servus, grüßt euch. Servus, grüßt euch. Mit dem Dominik, rechts außen jetzt, wenn man drauf schaut, links, wie er da sitzt. Mit ihm hatte ich vor kurzem, kann man sagen, mal hier online zu tun und deswegen sind wir jetzt auch hier verbunden. Er hat das Ganze in die Wege geleitet und jetzt würde ich sagen, stell mal deine zwei Mitstreiter noch vor. Ihr seid ein Trio und wie lange gibt es euch denn schon? Ja, danke. Wir bedanken uns wirklich recht herzlich, dass wir bei dir dabei sein dürfen. Meine zwei Kollegen, ganz außen ist der Fabio, der spielt bei uns den Bass, den E-Bass und das Bariton, der ist für die tiefen Töne zuständig. Und der Mann in der Mitte spielt bei uns die Tasten. Das Akkordeon, die steirische und das Keyboard, das ist unser Uwe. Der Uwe, sehr schön. Also Fabio und Uwe und der Dominik, dann sind wir komplett sozusagen. So haben wir jetzt heute mal mit drei Kameras euch ausgestattet. Also so haben wir von allen Seiten hier jetzt gerade mal die Perspektive und wir nehmen natürlich die hier wieder. Dann sieht das Ganze perfekt aus. Also in der Steiermark seid ihr zu Hause, habe ich gerade schon verkündet. Und in der Lipizzaner Heimat kann man sagen, also das ist jetzt Graz und dann, jetzt muss ich gerade wieder schauen, westlich davon, oder? Ist das richtig? Ja, ich sage mal, die Lipizzaner Heimat liegt gleich, wenn man von Kärten rüberfährt, die Back runter, kommt man direkt in die Lipizzaner Heimat und tut es dann wieder heim. Genau. Ja, es ist ja eine musikalische Gegend. Da haben wir im Vorfeld natürlich auch schon ein bisschen drüber uns unterhalten. Es sind einige Musikanten dort natürlich auch zu Hause. Aber, wie gesagt, ihr seid eine ganz junge Truppe und habt eigentlich erst vor kurzem eine ganz brandneue CD, also sprich eine Single-CD zunächst mal veröffentlicht. Und ich glaube, ihr arbeitet auch an einem Album, oder? Genau, ja, das ist richtig. Wir haben vorhin dieses Jahr uns entschlossen, dass wir wieder musikalisch etwas Neues machen, zu dritt. Haben dann das Glück gehabt, mit Tirolis einen tollen Partner gleich gefunden zu haben und haben dann wirklich gleich drei Titel produziert. Der erste ist schon erschienen und wir haben eine riesengroße Freude damit. Jetzt ist es natürlich sehr mutig, sage ich jetzt mal, in der heutigen Zeit, wo jetzt klar, Krise ohne sowieso und natürlich auch im volkstümlichen Bereich, gerade jetzt in den Medien ist es ja auch nicht gerade wirklich so toll gestellt, da wirklich wieder was Neues auf die Beine zu stellen. Deswegen, ich finde es, sage ich jetzt mal, wirklich mutig und ja, ihr wagt was, oder? Ja, wagen. Wir wollten eigentlich wieder was machen, nachdem es jetzt so lange stehen war in der ganzen Musikbranche. Und wir haben es schon fast nicht mehr rausgeholfen und wollten unbedingt wieder spielen. Und das Studio war dann eigentlich die einzige Möglichkeit, ein bisschen über die sozialen Netzwerke, über Facebook und so weiter. Das war die einzige Chance, die wir gesehen haben und die haben wir dann gleich genutzt. Ja, wie schaut es aus? Wie lange macht ihr denn grundsätzlich dann schon Musik? Wie habt ihr euch zusammengefunden? Fabio von Eichmann oder Uwe? Bitte. Also, der Domi und ich haben uns eh schon seit 5, 6 Jahren bekannt. Wir haben aber nie so richtig zusammengespielt. Ich habe bei einer abrischen Partyband gespielt, Domi, auch bei einer bekannten Formation. Und nachdem sie das alles ein bisschen aufgelöst hat, haben wir uns dazu entschieden, dass wir zusammen was machen. Und ich glaube, das kommt recht gut an. Okay. Ja, also ein Titel, wie gesagt, der ist schon draußen. Und an einem Album wird gearbeitet oder wie weit sind da die Titel bzw. inwieweit ist da die Auswahl schon vorangeschritten? Also, wir haben jetzt drei Titel aufgenommen schon. Die nächsten teilweise selber geschrieben, teilweise von anderen Schreibern ausgesucht. Und wir sind dran, dass wir ca. Oktober, November, Dezember so einen Zeitraum, also die ganze Idee dann aufnehmen. Also, zum Ende des Jahres wird sich da erst was tun. Genau. Ja, klar, das braucht natürlich alles seine Zeit und ich denke, man muss es jetzt auch nicht übers Knie brechen. Gerade jetzt in der heutigen Zeit lieber sich da ein bisschen Zeit lassen und dann gute Qualität abliefern. Was natürlich enorm fehlt, denke ich mal, das ist ja bei vielen Musikanten aktuell so, sind die Live-Auftritte. Wo kann man denn euch dann so normalerweise sehen, wenn es jetzt nicht so wäre? Na ja, nachdem wir eigentlich eine neu vermiete Gruppe sind, sind wir jetzt eher mal im privaten Bereich unterwegs, sprich, wenn es wieder erlaubt ist, natürlich Hochzeiten, kleinere Geschichten, weil die größeren Sachen, das wird sich heuer nicht ausgehen, vermutlich. Wir haben zwar schon nette Anfragen gehabt, auch von größeren Veranstaltungen, es beschränkt sich jetzt erst einmal auf Facebook und YouTube und einmal mit den privaten Veranstaltungen werden wir wieder schön langsam einig starten. Ja, man muss sich ja natürlich auch erst einmal wieder einen Namen machen, die Sun-Seiten muss jetzt erst einmal in aller Munde sein, dass man überhaupt entsprechend euch da irgendwie einordnen kann. Was gehört zu eurem Repertoire? Was sind es für Titel? Welche Musikrichtung speziell im volkstürmlichen geht es? Was gehört alles dazu? Vielleicht Fabio auch mal. Der große Vorteil, den wir eigentlich haben, ist, dass der Uwe ja steirische und Akkordeon spielt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Oberkreiner, natürlich nicht in Originalbesetzung, das geht zu dritt nicht, aber zumindest in Originaltonarten zu spielen, mit Akkordeon und Bariton und versuchen uns zumindest anders anzunähern. Und volkstürmlich ist natürlich alles dabei, von bekannten Sachen über Eigenkompositionen. Wir bewegen uns da eigentlich, glaube ich, relativ durch das ganze Becken ein bisschen durch und versuchen immer, für jede Veranstaltung dann das Richtige herauszufischen. Das klingt gut. Also gute Bandbreite gehört natürlich dazu, das ist ganz klar. Sind es dann auch so ein bisschen aktuelle Titel, die man vielleicht dann mit reinbringt, wenn es dann gerade um einen bunten Abend geht, wo man vielleicht dann mal tanzen darf oder tanzen kann? Natürlich. Wir sind sehr breit gefächerte Programme und dürfen natürlich auch nicht die aktuellen Hits natürlich füllen, aber unser Repertoire beginnt bei den 70er, 80er bis hin ins Jahr 2020. Von dem her sind wir sehr breit gefächert. In jede Genre gehen wir ein und glücklich für jede Altersklasse. Genau. Das ist, glaube ich, ganz gut, so wie man es eigentlich auch kennt in der volkstürmlichen Branche. Da sind es natürlich auch viel die Zeltfeste sonst und, klar, irgendwelche geselligen Abende und so weiter. Da gehört einiges dazu. Ja, eure CD, wenn sie dann, wie gesagt, im Herbst erscheinen soll, wird, wie viele Titel sind genau drauf? Was habt ihr da so geplant? Also, wir rechnen mal mit 12, 13 Titeln wahrscheinlich. So in die Richtung wird es gehen. Von volkstürmlich bis Schlager, Party wird alles dabei sein. Ja, wir sind selber schon gespannt. Die Titel müssen sie werden. Und ja, schauen wir mal. Wie sieht es denn aus? Habt ihr da selber jetzt Hand angelegt dabei komplett? Oder gibt es auch ein paar Titel, die von jemand anders dazukamen? Na ja, wie der Uwe vorher schon gesagt hat, wir versuchen natürlich immer von uns auch was mit einzubringen, weil ich glaube, man merkt das dann auch, wenn man einen eigenen Titel spielt. Das Feeling ist auch von ganz anders, wie wenn man jetzt von Komponisten den ganzen Titel hat. Aber natürlich, wenn man jetzt wirklich das breite Spektrum auch beginnen will, müssen wir ein bisschen natürlich von anderen das auch nehmen. Nehmen wir auch sehr gern an, wenn die Titel qualitativ gut sind. Wir haben wirklich tolle Partner und Komponisten, mit denen wir bis jetzt schon zusammengearbeitet haben. Also immer ein bisschen was Eigenes, aber ein bisschen ein Einfluss von außen. Das ist sehr schön. Ja, das klingt doch sehr gut, ganz genau. Gehört dazu. Und natürlich, wie entstehen dann die Ideen so? Wer prägt was dazu bei von euch? Oder kommen da von allen gleich die Ideen? Seid ihr euch schnell einig? Wie schaut es aus? Ich glaube, grundsätzlich macht immer jeder für sich. Seine Ideen sammelt er. Dann wird der Titel ungefähr in Form gebaut. Und dann setzen wir das Studio ein und bringen vielleicht etwas ein. Wir arbeiten ein bisschen. Also ich glaube, bis jetzt, das gesamte Konzept war immer Zoom-Seiten. Also da war für jeden was dabei. Ja, mit Musikkollegen kommt man dann natürlich auch zusammen, denke ich mal, wenn es dann auch wieder losgeht. Was, ja gut, Highlights kann man jetzt noch nicht sagen. Ihr seid ja erst am Kommen. Aber was wären so eure Ziele? Wo soll es hinführen? Ich glaube, Ziele setzen tut man sich selber immer sehr hoch. Aber ich glaube, wenn wir jetzt wirklich mit dem Nachdruck, mit dem wir begonnen haben und unseren Zielen weiterarbeiten, schaut das sehr gut aus. Ein großes Ziel ist einmal sicher jetzt in naher Zukunft die CD. Natürlich für das Radio, das wäre immer eine tolle Geschichte von der Gummik-Gruppe. Aber momentan wäre einfach der Wunsch, wieder live ein Publikum zu spielen. Das wäre das Gäste für uns im Moment. Ja, ich glaube, da spricht vielen aus dem Herzen. Viele sehnen sich danach. Und da würde ich einfach sagen, drücken wir allen ganz, ganz fest die Daumen, dass das hoffentlich bald wieder möglich ist, dass man wieder raus darf zu den Fans, zum Publikum. Und ja, in diesem Sinne sage ich schon mal recht herzlichen Dank, weil unsere Sendezeit, wenn ich so auf die Uhr gucke, die rennt schon wieder davon. Deswegen, wenn ihr die neue CD dann habt oder die erste CD im Herbst, dann machen wir auf alle Fälle eine weitere Ausgabe. Dann könnt ihr auch richtig aus dem Vollen schöpfen. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Viele, viele Grüße in die Steiermark und auch unsere Fans und Zuschauer, wenn ihr mehr von der Sun-Seite sehen und hören wollt. Es gibt bestimmt auch jetzt die Social-Media-Plattformen und natürlich aus Internet. Wo kann man was erfahren? Ja, wir haben natürlich eine neue gestaltete Facebook-Seite. Das ist ganz klar. Und auch eine Homepage, die wir hier zu sehen sind. Ich glaube, das ist kein Problem. Wenn man uns finden will, findet man uns. Also auf Facebook Sun-Seiten-Musik, Instagram auch Sun-Seiten-Musik und im Internet unter www.sun-seiten-musik.at Alles klar. Da schauen wir rein. Da kann man eigentlich alles Wissenswerte über euch sehen, nachlesen und erfahren. Ganz genau. Also, dann schon mal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen und wir hören uns. Wir bleiben in Kontakt. Und euch dann, kann man schon wieder sagen, eine schöne Sommerzeit dann in dem Fall schon, ne? Ja. Schau mal. Hoffentlich. Ich will so schön die Sommerzeit. Alles klar. Macht's gut. Dankeschön. 's.